Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Crust. In der letzten Folge haben wir ja das Tutorial gemacht, das ging ja relativ gut durch. Und in dieser Folge machen wir die Handlung. Beginnen Sie eine neue Handlungskampagne. Schauen wir mal an, was passiert. Oha! Okay, also ist eine Atombombe explodiert oder was soll das gewesen sein? Die Druckwelle hat zwar keinen Sinn ergeben, muss man sagen. Wenn man sich so ein bisschen mit der Theorie beschäftigt, dann weiß man, dass sie sich dann straight zur Seite entwickeln würde und sich sie nicht um den Planeten rum weiterschiebt. Das sind ja sehr interessante Fakten eigentlich teilweise. Das ist von Neil Armstrong. Aha. Das ist unsere Tutorial-Ecke. Okay. Okay. What's happening? Director, can you hear me? We're receiving reports that a meteorite collided with the moon and the state of emergency has been declared. Director, confirm you're on the line right now. You could have done it more quickly and spared me the worry. Director, there's still no signal from the personnel of the base. I'll try again, but my hope is dwindling. Robert, come in. Robert, do you copy? Robert, damn it, come in. Robert. There appear to be no survivors. I'm glad you were on the orbital station when the collision happened. I suggest you stay there as long as possible. We should try to hold out until logistics with Earth are restored. Start with electricity. We still have resources and functional drones. That should be enough for a few solar panels and batteries. Okay, also muss ich jetzt neue Teile in dem Fall. Wow, kleines Solar-Panel. We're doing that right here next. Hm. Hier darf ich lustigerweise nicht bauen. Das ist wahrscheinlich außerhalb der Bau-Area oder sowas. Draht und Draht. Draht und Draht. Was passiert da was? Leerlauf. Warum machen die nichts? Warum darf ich da jetzt gerade nichts machen? Warum passiert da nichts? Okay, ich bin jetzt gerade verwirrt. Warum passiert hier nichts? Ja, okay, das hier unten hat kein Ding. Wie war das wieder? Leertest oder? Tab. Ah, es war nur pausiert. Huh, Gott sei Dank. Elektronik, Batterien. So, dann verdrahten wir den ganzen Rest noch hier. Dann ist das nicht mal alles angeschlossen. Ach, Gott sei Dank. Ich hab echt gedacht, das ist jetzt hier irgendwie, äh... Buggy oder so. Aber warum haben die denn keine Asteroidenverteidigung oder sowas in der Art? Okay, die Batterie wird wieder voll. Akkustand lädt langsam. Es dauert zwar alles ein bisschen, aber ich denke, das wird schon noch. Alles mit dem großen Hauptnetz verbunden. Ich werde hier trotzdem noch einen Aufzug geben. Aufzug mit dem Ladestation bauen. Ich würde gerne das da abbrechen. Wie breche ich was wieder ab, hier? Wie breche ich das ab? Warte mal, hä? Irgendwie muss ich doch... Hä? Ne, hä? Ah, okay. Einfach hier so. Rechtsklick, gut. Ah, ich wollte es nur verdrahten. Und zwar von hier nach hier. Was muss denn passen? Wenn wir das so machen... Dann können die sich wieder laden. Haben wir schon? Gut. War das jetzt die ganze Mission oder was? Direktor, wir haben eine Begründung von Allem auf der Erde gehört. Okay. Die Explosion hat die meisten der Begründung von der Erde ausgesucht. Millionen Menschen sind in need of resources. Holy shit, okay. Und wir können das Anliegen beantworten. Die Begründung warst du durch den Kontrakten System, aber... Es kam nach der Explosion zu einer vollen Halt. Wir können das verabschieden. Die Explosion hat alles auf der Grundlage verbrannt. Aber es gibt noch Mining-Module auf dem Boden. Wir müssen nach unten gehen und sehen, was wir noch haben. Direktor, wir müssen die Kraftstoffe nach dem Untergrund. Wir verbinden den Elevator und die Elektrische mit Wörtern, damit wir die Schale der Schmerzen sehen können. Das ist besser. Ich sehe, dass wir ein Modul haben, um smartes Konkret zu produzieren. Aber wir haben eine urgentere Chance, um die Produktion von Stühlen und Silikon zu reduzieren. Direktor, ich habe eine Idee. Erstens, convert 5 Dronen in Miner. Und wir gehen weiter. Der Dronen-Reconfiguration-Module ermöglicht... Okay. 5 transferieren. Die sollten dann gleich runterkommen. So, wir schicken mal alles so. Perfekt. Ah, da kommt jetzt sozusagen das Ganze raus. Wir reduzieren auf nur zwei und tun hier noch eine rein. Wir haben... Mhm. Ist ja auch schon ein Art Tutorial. Okay. Silikon-Production. Ja, es wird aber... Ich würde hier gerne... eine abziehen und hier so die Ecke ausgraben anfangen. Die liefern uns dann in die andere Produktion rein. Silikon haben wir schon viel produziert, wie es ausschaut. Äh, Stahl. Sind wir im Vordergrund. Bedeutet, wir werden mal Silikon hochpumpen ein bisschen. Der soll hier den Weg ein bisschen frei machen, um die Geschwindigkeit der Transporter zu vereinfachen. Schauen wir mal. Drone idle. Aber unsere Batterien werden langsam voller. Das ist super. Batterien müssten sie ja nachholen können. Okay, ich finde das Spiel eigentlich ganz cool. Das hat voll den coolen Ansatz. Mit den Drohnen hier. Was sagt der mir? Reparieren. Der kriegt auf jeden Fall immer genug Ressourcen nach, scheint. Effizient ist natürlich jetzt nicht das Beste. Mining Drone idle. Ich hätte gern diese komplette Area aus gemeint. Ist das jetzt verschiedene Stufen, in der er das machen soll? Scheint so, ne? Der gräbt jetzt erst hier doch. Direktor. Tue ich schon. Ah. Zum Glück machen wir das schon. Wir sind schon aktiv dabei. Und da ist irgendein anderes Material auch, wie es ausschaut. Was ist das? Okay. 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 Okay, ja. Okay, ja. Aha. Interessant. Das bedeutet, je schneller wir sind, desto besser ist es. Was macht unsere Bergbau-Drohne gerade? Äh. Okay. Schickt mal einer, die das macht, bitte. Guck mal, der gräbt sich jetzt von hinten durch. Okay. Dann tun wir doch mal euch alle rausziehen. Da darf ich ihn nicht begraben, wie es ausschaut. Interessant. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Oh, okay. Jens, du kannst. Ich bin nicht alle, die den Namen hören hat, zu hören. Aha, ja! Das ist alles, was ich in der GRANDFREASE gebeten. Der gräbt von dem Meteorite impact muss auch von HOPE 2. Ich habe bereits auf die Krust herauszunehmen. Aha. Oh… Erro. Ich bin Clyde Draper. Und ich mache das Krust-Search-Absen-Noe-Noe-Noe-Noe-Noe. Ja. Wir wissen uns mit HOPE 2, Und wir haben schon einen Plan zu entwickeln. Es gibt noch eine Chance, dass du in deinem Facilite einverstanden bist. Und es ist in unserer Mutuale Interesse, dass du uns helfen kannst. Wir brauchen einen Ort, um die Ressküren zu unterstützen. Deine Basis ist der größte Kandidat für das. Krust wird dir die notwendigen Equipment und Wissenschaftliche Ressourcen um die gewünschte Tasche zu machen. Okay. Mit all due respect, Direktor, ich habe keine Gefühle. Menschen sind in Gefahr und wenn es in unserer Macht ist, ihnen helfen, müssen wir es tun. Mit all due respect, Alice. Altruism hat eure Verwaltungen geflogen. Krust ist klar zu fragen, die wir jetzt nicht ermöglichen können. Ich empfehle, wir fokussieren auf der Produktion, und auf der Verwaltungen auf die Erde, wo die Ressourcen jetzt urgentemente benötigt sind. Vielleicht am besten eine Balance daraus machen? Also, ich habe eine Pre-Pay-Pay mit Fassel. Wir können ihre Fonds benutzen, wenn wir die Ressourcen wiederentwickeln können. All you care about is profit. If that's the case, think of the technology Krust will provide. It's worth as much as our base in its current state. Das stimmt ja. Wir müssen die Ressourcen für ihre Technologie bezahlen. Dann vergessen wir, Direktor, indem wir die Verwaltungen auf der Verwaltungen, können wir sie entscheiden, wie unsere Base ist entwickelt. Wir müssen auf der Verwaltungen auf der Verwaltungen und auf der Verwaltungen auf der Verwaltungen und auf der Verwaltungen auf der Verwaltungen und auf der Verwaltungen der Meteoriten. Krust wird die Verwaltungen auf der Verwaltungen und auf der Verwaltungen auf der Verwaltungen auf der Verwaltungen und dann transportieren die Team zu Ihrer Base. Sie sollten die Lebensquartes für die Leben zu erhalten. Wir haben uns nicht aus der Verwaltungen auf der Verwaltungen und jetzt unsere Base ist nur ein paar Mining und Prozesse Modulungen. Ich bin bereit, was es braucht, um die Crew zu retten, aber es wird fast nicht möglich in so eine kurze Zeit. Uh, okay. We definitely can't do it alone. I will send a request to colleagues and inform you when new information becomes available. Indeed, the timing's not ideal. However, we still have the ability to break down the task and move towards our goal with small steps. Seht es so, wir bauen das jetzt auf hier und dann sollte das alles langsam passen. First, we need to ramp up production. Living quarters will require a lot of resources. We have smelting furnaces, but we need extractors and refineries to extract Oxide from mind regolith. So. Untergrund... Abbau... ... 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 Ah, da ist der Vorschachsbutton. Und der Grundabbau. So, jetzt machen sie das nächste Lager hier voll. Aber Leute, ich würde sagen, das war es für diese Folge. Ich habe euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da. Abonniert wenn ihr euch habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wo wir dann wahrscheinlich mal die Besatzung retten werden. Also, bis dann. Ciao. 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 Ciao.